Wenn du 2018 noch deine letzten Business-Ziele erreichst. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Nick und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Hier geht sich alles rund ums Thema Social Media Marketing, Mindset und Business Building. In diesem Video geht es darum, wir haben den 1.12.2018. Und der 1.12.2018 sagt uns, es sind nur noch 30 Tage, bis das Jahr wieder zu Ende ist. Die einen denken sich, wahnsinnig schnell ist die Zeit vergangen. Die einen denken sich, Wahnsinn, was ist dieses Jahr alles passiert. Ich will nicht, dass das Jahr rumgeht. Andere sagen sich, Gott sei Dank, das Jahr endet endlich. Aber alle haben wir fast eine Gemeinsamkeit. Und zwar, wir haben uns Anfang des Jahres Ziele gesetzt. Wir haben uns ganz genau und klar festgelegt, was wir wann, bis wann und wie erreichen möchten. Und das ist jetzt wichtig für dich, dass du diese Ziele erreichst und schaust, was hast du gemacht. Reflektierst, was ist passiert. Was waren die guten Dinge? Was waren eher negative Dinge, die passiert sind. Aber trotzdem alles mal zurücklässt und sagst, okay, pass auf, ich habe nur noch einen Monat. Und schaust, welche Ziele hast du noch nicht erreicht. Und die in Prioritäten einteilst. Priorität 1, 2, 3, 4, 5. Und dann nach den Prioritäten diese angehst. Priorität Nummer 1 ist es logischerweise, das erste Ziel dann zu erreichen. Und dafür zu sorgen und zu gucken, was kannst du so schnell wie möglich mit mehr Elan, mehr Begeisterung und natürlich auch viel mehr Power, Tun und Nachdruck, um dieses Ziel noch zu erreichen. Mit wem musst du sprechen, was musst du tun, was musst du lernen, in was musst du investieren, ja. Was musst du, wo musst du hinfahren, mit wem musst du einen Deal closen, damit du dieses Ziel erreichst. Und dich darum kümmerst. Und da jetzt wirklich nochmal sagst, pass auf, dieses Jahr beende ich nicht, bevor ich nicht mindestens das erste Ziel von Priorität 1 wirklich jetzt noch erreicht habe. Für dich als letzten Ansporn, bevor du in die Feiertage gehst. Und selbst wenn es die Feiertage braucht, dass du selbst dann richtig Gas gibst und trotzdem noch nach vorne gehst. Wenn du richtig gut bist, dann machst du sogar ein Zeitmanagement-Table. Das heißt, du managst deine Zeit. Das heißt, du teilst dir ganz genau ein, wie viel Zeit brauchst du, um Ziel 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder wie viele auch immer das sind, zu erreichen. Aber sei realistisch bitte. Wenn du noch 20 Ziele offen hast, die groß sind, dann such dir bitte nur 2, 3 Stück von denen aus, die du diesen Monat auf jeden Fall noch gebacken kriegst. Aber beweis es dir nochmal ein letztes Mal, dass du es schaffen kannst, alle deine Ziele zu erreichen, wenn du bereit bist, wirklich Gas zu geben und mit mehr Nachdruck dahinterher zu gehen. Und das wird dir ein viel besseres und geileres Gefühl geben, wenn du in 2019 reinrutscht, um direkt mit mehr Momentum dort weiterzumachen, wo du aufgehört hast, statt dort weiterzumachen, wo du aufgehört hast, und zwar mit Essen, Trinken und irgendwie einfach nur abchillen an den Feiertagen, sondern stattdessen einfach Gas zu geben. Ich weiß, du hast es dir verdient, definitiv die Feiertage zu genießen. Ich weiß, du hast es dir verdient, definitiv auch mit deiner Familie und sonst wem Zeit zu verbringen. Aber trotzdem, wenn du an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du nicht zufrieden bist, wenn du an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du sagst, warte mal, das geht so nicht weiter, das möchte ich so nicht, dann musst du jetzt ein letztes Mal dir hart in den Arsch treten und diesen letzten Monat wirklich nutzen, wo andere Leute mit Einkaufsstress beschäftigt sind und welche Geschenke sie wem machen und wer sich als nächstes als Weihnachtsmann verkleidet, indem du nochmal dein letztes, wichtigstes Ziel erreichst. In dem Sinne, das war es von mir, dein Nick. Bis dann. Ciao.